Auch 2016 werden sich wieder viele das Ja-Wort geben und damit alles, was damit verbunden ist, auch gut durchdacht, organisiert und letztendlich auch optimal über die Bühne geht, gibt es Profis, die ihnen sagen, wo es lang geht. Die Mürztaler Hochzeitsausstellung Turmwirt-Mürzhofen bietet schon viele Jahre die Möglichkeit, Informationen für den schönsten Tag im Leben zu erhalten. Wir haben uns für sie dort umgesehen. In erster Linie ist wohl das Erscheinungsbild sehr wichtig, das heißt Brautkleid und Anzug. Das Brautmodenhaus Hufnagel ist darauf spezialisiert und bietet beste Voraussetzungen, das Richtige zu finden. Das Wichtigste für den schönsten Tag im Leben ist das Brautkleid und hier hat sich Brautmoden Hufnagel aus Bad Gleichenberg einen, wie man so schön sagt, Namen gemacht. Wir sind ja ein großes Haus, wir haben tausend Quadratmeter und da haben wir eben alles für die Hochzeit, für Braut, für Bräutigam, für die Hochzeitsgäste, für Kinder. Also es kann sonst kommen praktisch jeder, vom kleinen Putzi angefangen bis zum Opa. Wir haben für jeden das Richtige. Wir haben uns bemüht, ein Anlasshaus zu schaffen, wo man wirklich etwas findet und eine Riesenauswahl hat. Der schönste Tag will auch bildlich festgehalten werden. Man sieht bei Ringfoto Bundigam aus Kindberg dreht sich wieder alles um Hochzeitsbilder. Herr Bundigam, was gibt es Neues bei Ihnen? Als größtes Fotofachgeschäft der Obersteiermark können wir unseren Kunden ein umfassendes Angebot rund um die Hochzeitsfotografie machen. Wir sind ein Team von sieben bestens geschulten Fotografen und können so optimal auf die Wünsche der Braubarer eingehen. Mit unseren fahrbaren Tribünen können wir Hochzeitsgruppen bis 200 Personen fotografieren. Wir halten Ihren schönsten Tag für Sie fest. Gefühle und Stimmungen bleiben Ihnen mit unseren professionellen Aufnahmen für immer erhalten. Wir als Hochzeitsprofi wissen, wie Sie die schönsten Bilder bekommen und das seit über 80 Jahren. Selbstverständlich liefern wir die beliebten Hochzeitsserien auf Wunsch noch am selben Abend zur Hochzeitstafel nach und das in Top-Qualität. Unser tolles Team und unser hochmodernes Digitallabor machen das möglich. Was hat es mit der Selfiebox auf sich? Als besonderes Highlight für jede Hochzeit haben wir unsere Selfiebox. Das ist der Megaspaß für jede Feier. Einfach am Touchscreen einen Hintergrund auswählen, Fotos mit lustigen Utensilien schießen und sofort das ausgedruckte Foto bewundern. Und als besonderes Zuckerlverlust Fotobundigam auch heuer wieder unter allen Brautpaaren eine Hochzeitsreise in den sonnigen Süden für zwei Personen inklusiv Fotoshooting. Für die perfekte Hochzeitstafel bürgt schon Jahrzehnte der Gasthof Turmwirt mit den dafür geeigneten Räumlichkeiten. Nach dem Jahrwort zum Turmwirt. Wir sind spezialisiert auf Hochzeiten, haben sehr viele Hochzeiten, haben ideale Bedingungen für unsere Brautpaare. Saal, Parkplatz, Kinderspielplatz, Zimmer nicht zu vergessen, eine eigene Hochzeitssuite für das Brautpaar. Das sponsern meistens wir dazu. Das ganze Umfeld ist eigentlich ausgerichtet auf große Feiern und auf Hochzeiten. Wichtig ist, dass Sie rechtzeitig zu uns kommen. Wir informieren Sie sehr gerne über alle Details, über alles, was Sie missen müssen, damit Ihre Hochzeit wirklich zum schönsten Tag in Ihrem Leben wird. Und damit der Eröffnungswalzer kein Flop wird, sorgt Babsis Tanzschule und wir haben sie in Kapfenberg besucht. Was ist für die Braut wichtig? Die Braut muss gut ausschauen und sie sollte ein bisschen, gerade beim Brautwalzer, ein bisschen Show machen können. Unterstützt vom Herrn natürlich, der führen muss. Wann soll man sich anmelden? Sobald der Mann gefragt hat, willst du mich heiraten, sollte man schon anfangen, auch einen Tanzkurs zu planen. Je früher man anfängt, umso besser. Diese Hochzeitskurse sind eigentlich nur für ganz kurz, wer wirklich keine Zeit hat, dass man so gerade so den Brautwalzer rüberbringt und vielleicht so ein bisschen die anderen Tänze durchtanzt. Aber man sollte eigentlich bei einer Hochzeit mit jedem Partner, mit jedem Gast einmal tanzen. Das heißt, man sollte schon ein bisschen was da sein an Tänzen, an Übung. Den Bräutigam sei ans Herz gelegt, wenn sie so mit ihrer Angetrauten über das Tanzpaket schweben, dann beeindrucken sie ihre Braut und ein stürmischer Applaus der Hochzeitsgäste ist ihnen gewiss. Also, Babsis Tanzschule Kapfenberg, da führt kein Tanz vorbei. Jedenfalls wünschen wir allen Brautbaden, die sich demnächst das Jahrwort geben wollen, alles Gute und für das Fest gutes Gelingen.